Wie ist das FEWO-Konzept überhaupt aufgebaut? Dazu switchen wir gleich mal auf den Rechner. Wie sieht das Ganze nun im FEWO-Konzept aus? Du siehst, wir haben hier insgesamt drei Bausteine. Der erste Baustein ist die Haftung, bedeutet, wenn einem Gast oder egal welche Person in deiner Unterkunft was passiert, dann bist du als Inhaber bzw. deinem Mitarbeiter haftbar und das Ganze könnt ihr absichern. Im zweiten Baustein schauen wir uns dann das Inventar an, also alles das, womit du als Inhaber deinen Geschäftsbetrieb durchführen kannst. Betten, Couch, alles an Elektronik, also alles das, womit du tagtäglich arbeitest bzw. was deine Gäste in deiner Unterkunft auch benutzen. Und darüber hinaus gibt es im zweiten Baustein daraus resultierend den Ertragsausfall. Denn wenn es einen Versicherungsfall gibt, beispielsweise einen Brand, dann hast du in dieser Zeit, wo es diesen Brand gibt, ja auch keine Einnahmen. Du hast laufende Kosten, Stornierungsgebühren etc. Und für diesen Ertragsausfall gibt es auch einen Baustein aus unserem Konzept, der genau darauf ausgelegt ist. Und im dritten Baustein schauen wir uns dann die rechtliche Komponente an. Welche Rechtsstreitigkeiten kann es geben? Von Rechtsstreitigkeiten wie beispielsweise Streitigkeiten mit dem Vermieter, Streitigkeiten mit Gästen oder anderen Vertragspartnern bis hin zur Verteidigung im Strafverfahren. Und hier stehst du als Inhaber im Fokus. Es geht also um dich als Person inklusive Mitarbeiter. Und genau darauf ist dieses Konzept spezialisiert, diese rechtlichen Probleme hier abzuklären. Und vor allem immer Experten an der Seite zu haben, die genau verstehen, wie das Geschäftsmodell funktioniert und die rechtlichen Rat geben können. Das Ganze machen wir nicht seit gestern. Du siehst, wir haben mehr als 300 positive Bewertungen, sind von Focus Money und Frank und Bornberg ausgezeichnet und haben diverse Kunden, die unsere Arbeit bislang auf Social Media bestätigt haben. Wenn das also ein Thema für dich ist, dann sichere dir einfach ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Gespräch besprechen wir dann, wie dieses FIBO-Konzept für dich aussehen kann. Wir freuen uns auf dich.